Musik Entschuldigung, möchten Sie sagen, warum Sie heute hier demonstrieren, für was Sie eintreten? Was Ihre Anliegen sind? Für eine bessere Welt und für ein besseres Europa und auch für ein besseres Deutschland. Okay, für eine bessere Welt, da ist natürlich jeder dafür. Ich glaube, da wird keiner widersprechen. Was wären Ihre Wunschmaßnahmen für eine bessere Welt? Dahingehend haben wir leider noch keine ausgiebigen Gedanken gemacht. Aber Sie müssen doch, wenn Sie auf eine Demo gehen, eine Vorstellung haben, in welche Richtung die bessere Welt gehen könnte oder ein besseres Deutschland. Erzählt doch nichts, die schwätzen doch eh nur, was Sie wollen. Komm! Wir schwätzen alle, was wir wollen, oder? Sie dürfen auch schwätzen, was Sie wollen. Möchten Sie schwätzen, was Sie wollen? Nein? Möchten Sie werden! Möchten Sie jetzt? Wer FDP-Man mer stones, oder? Möchten Sie haben die blockchain? Mö generates viele Litarimer mit Helgen. Lügenpresse! Lügenpresse! Lügenpresse!